Hallo, Neues von Ola! Heute zeige ich euch Tag 2 unserer drei Tage im Montag von Österreich mit der Übernachtung auf der Lindauer Hütte. Viel Spaß dabei! Die erste Nacht auf der Lindauer Hütte haben wir hinter uns und wir haben auch schon gefrühstückt. Ein sehr, sehr leckeres und reichhaltiges Frühstücksbuffet. Ja, und ich habe den Hüttenbesitzer gefragt und kann euch jetzt auch einige Aufnahmen und Impressionen von der Hütte zeigen. Heute Morgen starten wir eine kleine Rundtour zur Lätschatz-Albon. Ja, leider ist die noch geschlossen, also die ist bewertet, aber noch geschlossen. Kleine, entspannte Rundtour. Musik 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 Vielen Dank. Zu der Aussicht muss man wirklich nichts mehr sagen. Traumhaftes Panorama. Wir haben auch Glück mit dem Wetter. Super! Unsere Maus ist heute fit. Die gibt gerade Gas. Mal schauen, wie lang. Heute ist Anna-Maria unser Bergführer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir laufen hier weiter zur Latschätz-Alpe. Sehr schöne, schmale Wege wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zu der gestrigen Anekdote. Wir sind dann am zweiten Tag, vor vier Jahren, die Tour zur Titisuna. Und zwar über diesen Bergrücken sind wir hier durch dieses kleine Waldstück hoch, da hoch, dann über diesen Kamm, da drüber und dahinter ist die Tilisuna-Hütte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Trittsicherheit auch hier erforderlich, weil zum Teil durch diese kleinen Schneefelder kann es sehr rutschig sein und es ist matschig durch die Schneeschmelze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, wir laufen jetzt weiter und erstmal ein Stück weit bergab. So, roundabout 300 Höhenmeter geht es jetzt runter. Da unten schlängelt sich wieder unser Weg hoch zur Liendauerhütte. So, wir laufen jetzt wieder. Unser Weg schlängelt sich im Slalom talwärts. Dann haben wir nochmal rund 350 Höhenmeter nach oben zur Liendauerhütte. Da unten schlängelt sich. So, wir haben noch mal eine kleine Rast gemacht und haben uns gestärkt, weil jetzt geht es noch mal seit der 350 Meter hochste Dindauerhütte. Ab geht's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das sind mal die türlischen Wege hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Landschaft hier, die macht süchtig. Wahnsinn, was es hier alles so in Dicke gibt. Und es schafft ganz schön. Ich bin schon geschlaucht. Wir haben aber noch ein paar Meter zu Dindauerhütte. Aber bald geschafft. Ein kurzes Fazit zur heutigen Rundtour über die Latschitzalpe. Das ist eine angenehme Tour. Das sind sehr, sehr schöne Wege. Ja, und insgesamt etwas über 400 Meter hoch und runter. Für geübte Wanderer relativ einfach machbar. Wenn euch diese kleine Rundtour von der Latschitzalpe gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Und wenn ihr mehr von meinen Autoaktivitäten wissen wollt, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Nola.